Joe hat für Patrick's Unterhalt vorgesorgt. Das verstehe ich nicht. Ich denke, seine Vorstellung war, dass sie umziehen. Wohin? Wie sie hier? Kann bei uns wohnen, wenn er am Wochenende herkommen will. Willst du sein Vormund werden? Weißt du, wir freuen uns, dass die Kinder bald das Haus verlassen. Wie geht's denn, Patrick? Er öffnet sich mir gegenüber nicht. Ich habe zwei Freundinnen und spiele in einer Band. Was zum Teufel spielt das für eine Rolle, wo du lebst? Soll ich dir irgendwas bringen, Onkely? Manchester by the Sea im Kino.